Hallo, ich bin's. Ich hab, Herr Peter, Herr Peter, sind Sie irgendwo? Ja, da bin ich, was gibt's denn? Ach, ich kapier das nicht, diese Aufgabe 3 auf der Seite 22 im Arbeitsbuch. Ich hab keine Ahnung, wie ich das machen soll und den Rest auch nicht. Können Sie mir das mal erklären? Hm, ja gerne, ich erklär's mal. Also so schwer ist's, glaub ich, gar nicht. Ja, liebe Schülerinnen und Schüler, das war der Elphys, der hat immer ein wenig so Probleme in der Schule und deswegen erklär ich dem, wie man jetzt mal eine Aufgabe im Arbeitsheft löst. Die hab ich euch ja als Hausaufgabe aufgegeben und jetzt erklär ich euch ja einmal, wie das geht. Ja, wir haben ja, jetzt wisst ihr ja jetzt Bescheid über Stufenwinkel, Wechselwinkel und Ergänzungswinkel. In dem Fall hier bei der Aufgabe 3 geht's ein bisschen kniffliger los, weil ich da noch gar keinen Winkel weiß. Allerdings hab ich ja hier eine wichtige Angabe. Also ich weiß, dass Beta Alpha plus 30 Grad sein soll und der Beta ist ja ein Nebenwinkel von Alpha. Und wenn ich mir einen Nebenwinkel anschaue, dann gilt ja, dass Alpha plus Beta immer 180 Grad ergibt. Weil diese beiden Winkel, ich kann ja da mal das ganz normale Geodreieck drunter legen, diese beiden ergeben ja zusammen einen 180 Grad Winkel. Oder wenn ich das Geodreieck so hinlege, an den Schnittpunkt soll klar sein, die beiden zusammen ergeben genau den 180 Grad Winkel. Deswegen sind diese zwei Winkel Nebenwinkel und Nebenwinkel ergänzen sich immer zu 180 Grad. Also weiß ich ja, dass Alpha plus Beta 180 Grad ergibt. Was ich noch weiß ist, dass Beta Alpha plus 30 Grad sind. Also könnte man statt Beta, man kann das natürlich auch im Kopf herausfinden, Alpha plus 30 Grad schreiben. Und das soll ja jetzt 180 Grad ergeben. Wenn ich Alpha und Alpha addiere, habe ich zwei Alphas. Da sind ja zwei Alphas dabei. Also sind zwei Alpha plus 30 Grad genau 180 Grad. Das heißt, wenn ich zwei Alpha oder zweimal Alpha nehme, plus 30 Grad muss 180 Grad ergeben. Das heißt, ich könnte jetzt zunächst die 130 Grad subtrahieren. Also das wäre jetzt nach einer unbekannten Auflösen. Und in dem Fall wäre das jetzt der Winkel Alpha. Ich rechne minus 30 Grad. Und dann machen wir das mit so Äquivalenzumformungen. Und damit weiß ich, dass zwei Alpha oder zweimal Alpha, ihr könntet entweder zwei Alpha oder zweimal Alpha schreiben, muss jetzt natürlich 150 Grad sein. Ja, und wenn zwei Alpha 150 Grad sind, dann dividiere ich durch zwei, muss Alpha genau 75 Grad ergeben. Und damit habe ich es. Alpha ist also jetzt 75 Grad. Damit muss Beta natürlich 105 Grad sein. Und dann ist der Rest so gut wie gelöst. Gamma ist der Scheitelwinkel zu Alpha. Also die zwei hier, das sind ja bekanntlich Schaltenwinkel. Diese Scheitelwinkel sind immer gleich groß. Also muss Gamma 75 Grad ergeben. Delta ist der Scheitelwinkel zu Beta. Also ist Beta auch 105 Grad. Jetzt gibt es die Winkel da unten. Da muss ich natürlich mit Stufenwinkel und Wechselwinkeln kann man da arbeiten. Denn der Epsilon wäre der Stufenwinkel zu Alpha. Also auch 75 Grad. Dann der da. Das wäre dann der Stufenwinkel zu Beta. Und damit hat man es. Also der ist 75 Grad. µ ist wieder in dem Fall 75 Grad. Und Sigma ist wieder 105 Grad. Ja, könnte jetzt einer mal fragen, hä, was ist denn das überhaupt für ein Winkel da? Den habe ich ja noch nie gesehen. Das ist ein griechischer Buchstabe. Und dieser griechische Buchstabe steht für, da muss ich mich selber mal interessieren, was das jetzt ist für ein Buchstabe. Ja, gibt es für einen, der das mal genauer wissen will, gäbe es da auch Formelsammlung. Da steht das drin. Ja, wie halt das das vor für Effekt so will. Ich hatte vorhin eine da. Könnt ihr ja mal reinschauen. Also irgendwann, ihr dürft die nicht mehr haben. Formelblatt gibt es griechische Buchstaben. Ganz wichtig auch in der Formelsammlung, die griechischen Buchstaben. Und da seht ihr also, da hat man sich wirklich mal an griechischen Buchstaben orientiert. Also da gibt es ganz, ganz tolle. Dieser, ich habe es schon fast geahnt, ist ein Lambda. Wunderschön. Und ein µ. Also ganz tolle, wichtige Buchstaben. In Physik werde ich irgendwann noch ein Theta kennenlernen. Ein Eta für einen Wirkungsgrad. Also wirklich die tollsten Buchstaben gibt es da. Pi ist auch noch wichtig. Das ist die Kreiszahl. Nicht zu verwechseln mit Phi. Also da gibt es wirklich ganz, ganz viele griechische Buchstaben. Und uns reichen natürlich erst mal wieder immer die wichtigsten. Alpha, Beta, Gamma und Delta. Ja, und das wäre ein Lambda. Gut, wenn wir weiterschauen, gibt es natürlich noch andere Aufgaben. Auch hier an Winkeln, Winkelkreuze. Da ist natürlich eine wichtige Angabe im Text, dass es parallele Geraden gibt. Und man soll da jetzt Maße der farbig gekennzeichneten Winkeln berechnen. Also um die zu berechnen, haben sie natürlich hier auch einen Platz für Nebenrechnungen. Ich versuche es euch einfach so zu erklären. Ja, und man kann ja den Winkel Namen geben. Das hättet ihr jetzt nicht so machen müssen. Ich benenne sie einfach mal. Also ich nenne den da einfach mal Alpha. Den nenne ich Beta. Den nenne ich Gamma. Den nenne ich Delta. Den nennen wir Epsilon. Und den können wir Phi nennen. Also sowas darf man natürlich machen. Man hätte jetzt da auch die Winkel reinschreiben können. Ja, ich fange einfach mal an mit dem Epsilon. Der Epsilon ist natürlich 180 Grad. Minus 50 Grad. Also in dem Fall 130 Grad. Grund, das sind Nebenwinkel. Und da können wir natürlich weitermachen. Ja, jetzt gibt es hier natürlich noch die Eigenschaft, dass ich parallele Geraden habe. Die Geraden G und H sollen parallel zueinander sein. Und diese Geraden hier. Gut, dann kann man natürlich mal schauen, gibt es da irgendwelche Stufenwinkel, Wechselwinkel. Und wenn man sich natürlich da hocharbeitet, wird man feststellen, dass ich ja hier den Epsilon habe. Und wenn ich mir hier diese parallelen Geraden anschaue, hätte ich hier dieses z versteckt, dann sind der Epsilon und diesen, den ich Phi beieinander habe, Wechselwinkel. Wechselwinkel sind immer gleich groß. Ihr könnt natürlich auch anders arbeiten. Ihr könnt natürlich sagen, gut, ich nehme mir den Winkel, dann muss der natürlich auch 130 Grad sein. Und wenn ich jetzt hier rüber rutsche, wäre das der Stufenwinkel. Also ist der auch 130 Grad. Also das liegt aufgrund der Tatsache, dass das da jetzt hier entweder der Wechselwinkel zu denen ist oder wenn ich mit dem als Scheitelwinkel mir den nehme, wäre das da hier ein Stufenwinkel zu denen. Also der ist auch 130 Grad. Gut, jetzt kenne ich den. Kann man natürlich ein bisschen weiterarbeiten. Hier ist ja noch ein Winkel gegeben und da ist noch ein Winkel gegeben. Auch hier habe ich natürlich wieder parallele Geraden. Wenn ich mir jetzt natürlich hier den Winkel anschaue mit 50 Grad und der Winkel da, dann sind das Stufenwinkel an diesen Geraden und dieser Winkel und der wären wieder Wechselwinkel. Damit weiß ich, dass Beta 50 Grad sein muss. So sagt denn da keiner was, dass das so schief ist. Elvis, warum hast du mich nicht darauf hingewiesen, dass die Kamera so schief ist? Hättest du dir sagen können. Was ist denn das jetzt? Ja, es tut mir leid. Ich habe auch nicht, ich habe jetzt nicht aufgepasst. Ja, ich erkläre doch jetzt Hausaufgabe, Elvis. Du musst schon aufpassen. Ja, es tut mir wirklich leid, dass ich jetzt aufpassen müssen. So, dann gehen wir wieder weg. Also, wie gesagt, dieser 50 Grad Winkel und der, das sind Stufenwinkel, also ist der auch 50 Grad und der und der sind natürlich Wechselwinkel, also es ist Delta, die nicht Delta, genau, auch 50 Grad. So, jetzt wird es natürlich schon schwieriger, die anderen Winkel herauszufinden. Allerdings soll es auch nicht zu schwierig sein. Dieser Winkel hier und der da oben, das sind nochmal Wechselwinkel. Also ist Alpha 22 Grad. So, jetzt, der Knackpunkt ist natürlich jetzt der Winkel da. Auf den Winkel hier komme ich, wenn ich mir hier noch einen Winkel zum Beispiel denke, 22 Grad und dann könnte man sich da zum Beispiel noch Winkel ausgeben. Allerdings, wenn ich mir natürlich dieses Fall anschaue, dass ich da noch Parallele geraten habe, dann ist dieser Winkel zu dem Winkel ein Stufenwinkel. Also, wenn es jetzt hier geht, um Winkelmaße zu berechnen, also viel berechnen muss man da eigentlich nicht, dann muss man wirklich nur mit den Stufenwinkeln Sachen arbeiten. Also, der wäre jetzt dann da 108 Grad. Jetzt könnte ja einer noch ein wenig rum überlegen. Also, jetzt kennen wir alle Winkel. Das ist doch schön. Halt, Stopp, Stopp, Stopp. Stopp, Peter. Was gibt es, Elvis? Da sind doch noch viele Winkel jetzt gar nicht benannt. Könnten Sie jetzt noch mir erklären oder irgendwie zeigen, wie man jetzt auf diese ganzen anderen Winkel käme, wie groß die sind? Das würde mich wirklich mal interessieren. Kein Problem. Also, ich versuche euch jetzt nochmal schnell, wer mitmacht, kann natürlich mal überlegen, wie groß die sind. Eigentlich ist es logisch. Fangen wir halt mal mit denen an. Also, das hätten wir jetzt nicht machen müssen. Der Winkel da, der ist natürlich ein Scheitelwinkel zu dem. Der wäre 108 Grad. Gut. Wenn ich mir jetzt den Winkel anschaue, da, der da, und der, der, das sind ja Nebenwinkel. Also, es ist der 72 Grad und der ist auch 72 Grad, weil das Nebenwinkel sind. Also, die müssen ja zusammen 180 Grad ergeben. Wenn ich mir den Phi anschaue mit seinen 130 Grad, dann ist der Winkel natürlich auch 50 Grad und der ist wieder 130 Grad. Das ist ja schön. Da oben hätten wir auch einen Winkel. Den da. Den könnte ich auch benennen. Der ist der Nebenwinkel zu dem Beta. Beta haben wir gesagt, der ist 50 Grad. Auch der ist natürlich dann 130 Grad, weil das zum Beispiel zudem ein Wechselwinkel wäre. Den Winkel hier haben wir auch. Der ist 108 Grad. Gut. Der ist so groß wie Alpha. Der ist 22 Grad. Und der muss natürlich so groß sein wie der Beta, nämlich 50 Grad. Und wenn man sich das jetzt mal ein bisschen genauer anschaut, die ganzen Sachen. Der da. Den kann ich ja auch noch benennen. Der wäre jetzt, wie ist bekannt, 130 Grad. Der ist auch 50 Grad. Und damit habe ich etwas ganz Interessantes entdeckt. Wenn ich mir jetzt diese Figuren anschaue, da wäre noch einer. Der, der ist auch wieder 72 Grad. Dann sind ja da Dreiecke und Vierecke versteckt. Wenn wir jetzt mal dieses Dreieck anschauen, und ich addiere die Winkel 22 Grad plus 108 Grad sind 130 Grad plus 50 Grad, komme ich genau auf 180 Grad. Also in diesem Dreieck beträgt die Innensumme der drei Winkel 180 Grad. Wenn ich mir das Viereck hier anschaue, ich habe hier noch den Vi, Delta, der ist ja 50 Grad. Also habe ich, könnte man ja mal ausrechnen, 50 Grad plus 130 Grad sind 180 Grad. Und hier noch plus 72 plus 108 sind nochmal 180. Hier hätte ich in dem Fall 360 Grad. Das muss auch so sein, die Innenwinkel, weil der Winkel, die zwei, und die zwei sind, wenn ich mir die parallelen Geraden anschaue, die Ergänzungswinkel. Ergänzungswinkel ergeben hier in dem Fall immer 180 Grad. Die zwei ergänze ich zu 180, die zwei. Also die Innenwinkelsumme in diesem Viereck ist 360 Grad. Und weil hier parallele Seiten sind, in dem Viereck hätte ich natürlich noch einen Spezialfall versteckt. Hier wäre ein Trapez versteckt, genauso wie da. Ja, also, und in diesem Trapez ist es die Innenwinkelsumme 360 Grad und in diesem Dreieck ist sie 180 Grad. Stellt sich natürlich die Frage, war das jetzt Zufall? Ist das immer so? Und darüber unterhalten wir uns in unserer nächsten Videokonferenz irgendwann mal. Ja, als nächstes sollte man dann die nicht unbedingt machen. Da war jetzt noch die Aufgabe 5 gegeben. Die schauen wir uns natürlich jetzt auch noch an, die Aufgabe 5. Bei der Aufgabe 5 soll man bei Winkeln da begründen, dass das Viereck ein besonderes Viereck ist. Naja gut, es heißt ja, Winkel sind maßgleich. Das heißt, wenn ich mir die Winkel anschaue, Alpha und den kann ich ja mal Beta nennen. Diese Winkel sollen maßgleich sein. Also ist Alpha genauso groß wie Beta und das sind ja Stufenwinkel. Das sind Stufenwinkel. Die sind ja maßgleich. Und nachdem die maßgleich sind, weiß ich natürlich jetzt, dass das Stufenwinkel sein müssen. Also ist die Gerade G parallel zur Geraden H, weil sonst könnten die nicht maßgleich sein. Wenn ich mir jetzt den Winkel anschaue und den Winkel, dann kann ich ja noch zwei Geraden benennen. Die nenne ich einfach mal L und die nenne ich einfach mal K. Ja, kann man machen. Und ich schaue mir diese Gerade an und die. Und ich weiß jetzt, dass dieser Winkel und der gleich groß sind. Also dann müssen diese Winkel, wenn die gleich groß sind, liegen Wechselwinkel vor. Und wenn ich den Fall habe, dann heißt das auch, dass diese zwei Geraden parallel sind. Das heißt, wenn ich den jetzt Delta nenne und den Gamma zum Beispiel und Gamma und Delta Wechselwinkel sind, dann folgt daraus natürlich auch, daraus folgt, dass auch diese Geraden, die ich jetzt L und K genannt habe, parallel sein müssen. Zudem habe ich hier auch noch mal den Fall, dass da und da Wechselwinkel vorliegen. Also muss hier auch noch mal diese Gerade parallel zu der sein. Und wenn man es genau nimmt, kann ich auch sagen, dass hier ein Winkel gegeben ist und der natürlich genauso groß wie der. Das sind Stufenwinkel. Also weiß ich jetzt aufgrund der Tatsache, dass die Winkel gleich sind, dass sowohl diese zwei Geraden parallel sind, als auch die. Und daraus folgt, dass das Viereck ein Parallelogramm sein muss. Ja, das wäre die Hausaufgabe gewesen. Gut, man kann natürlich jetzt das Lösungsheft aufschlagen und einfach die Sachen abschreiben. Dann natürlich, das könnt ihr machen. Ich sehe es nicht, ob ihr es selber gemacht habt. Wenn natürlich da Rechnungen nötig sind, ist es schon gut, da manche auch zu machen. Weil es kann natürlich sein, dass ihr da gar nicht gerechnet habt, sondern habt es einfach aus dem Arbeitsheft abgeschrieben. Ja, kann man machen. Man wird dann allerdings nie wissen, ob man es wirklich selber gekonnt hätte. Und irgendwann gibt es ja auch mal wieder Noten. In diesem Sinne, das war jetzt also eine ausführliche Verbesserung nochmal der Hausaufgabe. Ja, bleibt gesund. Macht's gut. Euer Herr Peter. Okay.